Leute, ich hatte euch gestern noch gewarnt in meinem letzten Video, Bitcoins letzter Shakeout. Und genau so ist es passiert. Unsere Erwartungshaltung ist zu 100% eingetroffen. Die 46.500er Marke ist nicht das attraktive Level gewesen, um den Markt wieder nach oben zu pushen. Nein, es musste ein attraktiveres Preislevel angelaufen werden. Bitcoin zieht nach unten, reißt den gesamten Kryptomarkt mit sich, läuft das 61.8er an bei 44.200 und zieht noch ein Stück weiter. Aktuell bei 43.100. Wir stehen kurz vor unserem finalen Level und ich gehe natürlich in diesem Video Step by Step auf diese Gründe für diesen Sell-Off nochmal ein. Und welches Level muss jetzt in der Weekly vor allen Dingen halten, um unseren bullischen Fahrplan nicht zu zerstören? Sollte es zu dem Bruch dieses Levels kommen, switche ich in den Bären-Mode. Und von daher darfst du dieses Video definitiv nicht verpassen, bleib bis zum Ende dran und von daher, let's get started. Yes! Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum täglichen Update-Video auf der Crypto Wall Street. Falls du erfolgreich auf den Kryptomärkten handeln möchtest und auf der Suche nach täglich brandaktuellen Analysen zu Bitcoin, Ethereum und Co. bist du hier genau richtig, mein Freund. Smash the Like-Button, abonniere diesen Kanal und ganz, ganz wichtig, aktive die Glocke, damit du keiner dieser wichtigen Infos mehr verpasst. Und jetzt schauen wir uns an, was ist passiert in den letzten 24 Stunden, Freunde. Gestern Abend kam es nochmal zum massiven Sell-Off hier auf den Kryptomärkten. Wir sehen es, in den letzten 24 Stunden ein Decrease, ein Rücksetzer von über 8% der Total Crypto Market Cap, angeführt von Bitcoin natürlich mit 6,9% Verlust, reißt sämtliche Kryptowährungen mit sich, wie Ethereum, wie Solana, wie Cardano, zieht sich durch den gesamten Markt. Und von daher müssen wir jetzt nochmal den Chart Step-by-Step auseinandernehmen und die interessanten Level bzw. die Level identifizieren, die halten müssen. Und natürlich gehen wir auch nochmal auf den Grund ein für diesen Sell-Off. Und von daher lasst uns direkt in die Charts reinspringen, Freunde. Starten wir rein mit Bitcoin, Freunde. Und zum Aufnahmezeitpunkt des gestrigen Videos befanden wir uns in etwa hier. Falls du es nicht gesehen hast, du musst es dir unbedingt angucken. Wir hatten gesagt, Freunde, in der Vergangenheit hat das 55,9% als, sage ich mal, attraktives Kauflevel gedient, um den Markt erstmal nach oben zu pushen. Nichtsdestotrotz hatten wir es nicht geschafft, mit diesem Kauflevel dieses vorherige High herauszunehmen. Wir wurden rejected an der 52.000er Marke, wurden dann erneut abverkauft. Befanden uns dann erneut wieder an unserer markanten Trendlinie, sage ich mal, die vorher als Widerstand diente, jetzt als Support unterstützte. Nichtsdestotrotz hat der Markt auch hier erneut konsolidiert. Und ich hatte es gesagt, hey, aus reinem Marktverständnis. Wenn es nicht interessant genug ist, dieses Preislevel, um neue Highs zu generieren, hier im Chart, ist es wohl nicht das attraktive Preislevel. Und wir müssen attraktivere Level anlaufen. Und diese attraktivere Level finden wir selbstverständlich in unserem Gesamtkorrekturlevel. dieser gesamten letzten Aufwärtsbewegung an der 61.8er, unser Golden Ratio, hier an der 44.200er Marke, sowie an der 66.7er, der 42.400er Marke. Ich hatte diese Level explizit im letzten Video ernannt, beziehungsweise auserkoren. Hey Leute, hier ist es vielleicht wieder interessant in den Markt einzusteigen. Aus Käufersicht, definitiv aus Systemsicht macht es Sinn. Und jetzt müssen wir uns natürlich anschauen. Erstens, was waren die Gründe? Und zweitens, welche Level halten? Und drittens, wie kann es jetzt für Bitcoin weitergehen? Und wir fangen an mit den Gründen, warum es zu diesem Sell-Off gekommen ist. Dazu steppe ich einmal in folgende News rein. Hey, es gibt noch keine deutschen News, du kriegst es als erstes mit. Kasachstans Government resigns. Tritt zurück, Shutdown Internet mit Protest, fährt das komplette Netz in Kasachstan runter. An, sage ich mal, durch diese Unruhen, die da herrschen. Was letzten Endes dazu führt, dass Bitcoins Network Hash Rate um 13,4% tumbled, dropped. Wieso ist das letzten Endes so? Die wenigsten wissen es, Kasachstan ist das zweitgrößte Bitcoin Mining Land auf der Welt nach der USA. Insgesamt werden da 18% of the Bitcoins Network Hash Activity, sage ich mal fortgefahren, 18% der Bitcoins Network Hash Activity findet da letzten Endes statt in Kasachstan. Und mit dem Shutdown von Internet wurde letzten Endes die Hash Rate, oder hat die Hash Rate einen Decline, einen Rücksetzer von 13,4% gesehen. Letztendlich von 205.000 Petahash per Second zu 177.330 Petahash per Second. Letztendlich ist das eine immens große Menge, dass letzten Endes, sage ich mal, die Hash Rate gedroppt ist. Und so kam es letzten Endes zu diesem Sell-Off. Wir schauen uns das jetzt natürlich hier aus charttechnischer Sicht weiter an. Was sind letzten Endes die Level, die jetzt halten müssen? Wir schauen es uns an, Freunde. Wir gehen dazu in den Weekly. In der Weekly sehen wir, dass wir uns natürlich definitiv weiterhin in unserem Bullen-Level befinden. Nichtsdestotrotz muss dieses Bullen-Level halten. Ich hatte es immer wieder gesagt, das markante Level ist 42.200 für mich. Wir dürfen hier nicht mit Candle Close drunter schließen. Ansonsten switche ich in einen Bären-Mode. Das ist das erste Signal. Das zweite Signal ist letzten Endes ebenfalls der Candle Close unter unserer aktuellsten Trendlinie. Die hier als Widerstand diente, die hier als Support diente und die jetzt aktuell erneut angetestet wird. Das ist das zweite Signal. Wenn wir darunter schließen, switche ich in den Bären-Mode. Und das dritte ist letzten Endes oder sind letzten Endes die EMA-Ribbons in der Weekly. Wir haben die bereits natürlich in der Daily gebrochen. Daily-Time-Frame sowieso bärisch. Jetzt aber der entscheidendste Time-Frame für mich ist hier der Weekly. Wir dürfen definitiv nicht unterhalb des 50er EMA-Ribbons schließen. Das ist ebenfalls einer dieser Signale, die für mich in den Bären-Mode switchen lassen würde. Und ihr seht, hey, das ist letzten Endes exakt das Level hier an der 61.8. Und von daher sprechen einige Punkte dafür, dass wir hier von diesem Level ein sehr, sehr attraktives Preis-Level haben und einen Bounce erstmal sehen können. Und von daher, Freunde, es ist noch alles okay. Der Markt darf es machen, was er gemacht hat. Wir hatten es erwartet. Und für den einen oder anderen hat sich hier letzten Endes auch einen sehr, sehr attraktiven Entry geboten. Und von daher, Freunde, hey, bleibt locker. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz Ethereum dazu an. Auch in Ethereum hatten wir die Erwartungshaltung aufgestellt. Hey, es kann definitiv nochmal eine Etage tiefer gehen. Warum? Nachdem dieses Konstrukt hier gebildet worden ist, hatte ich gesagt, hey, das ist definitiv kein bullisches Konstrukt, sage ich mal. Und auch hier hatten wir bereits das Anlaufen der 559er. Letzten Endes hat es auch hier nicht gereicht, um neue Highs zu generieren im 4-Stunden-Chart. Danach kam es erneut zum Sell-Off. Diese Struktur wurde gebildet. Und natürlich, hey, wenn das 559er nicht das attraktive Preis-Level ist, muss ein attraktiveres Preis-Level angelaufen werden. Und auch hier ist es letzten Endes der WIC an der 61,8 bei 3.500 gewesen. Plus das 66,7er hier an der 3.400er Marke. Und hier ist es ziemlich ähnlich, Freunde. Für mich, um dieses bullisches Chartbild auch in der Weekly fortzuführen, müssen wir definitiv diese Level erst mal halten. Denn auch hier, wenn wir einen Candle Close von Ethereum unterhalb dieses Kastens hier sehen, grüne Rechteck, unser relevanter Kauf- und Wendebereich. Letztendlich, wenn der da schließt, kein gutes Zeichen. Definitiv nicht. Ebenfalls befinden wir uns gerade aktuell mit Daily Candle Close. Schaue ich mal kurz rein. Mit Daily Candle Close unterhalb unserer markanten vorherigen Widerstandslinie, die jetzt mehrmals als Support diente. Nämlich einmal hier, einmal hier, ein drittes Mal hier und jetzt erstmal gebrochen worden ist. Kein gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz auch im Weekly hier soweit noch alles fein. Wir sind noch im bullischen Terrain, Freunde. Diese Level müssen jetzt aber halten. Wir schauen uns auch hier nochmal die EMA Ribbons an. Denn hier befinden wir uns aktuell innerhalb dieser Ribbons, die jetzt als Support dienen. Von daher noch nicht so weit fortgeschritten wie in Bitcoin, wo wir uns bereits am 50er befinden. Befinden wir uns hier am letzten Endes 30er aktuell. Und natürlich ebenfalls, ganz ganz wichtig, ist das natürlich weiterhin ein attraktives Preislevel, um Ethereum zu akkumulieren. Ganz ganz wichtig, Freunde. Keine Anlageempfehlung. Nichtsdestotrotz, das was das System hergibt, meine Trade-Erfahrung, meine Trade-Idee, meine persönliche Meinung. Und wir schauen uns selbstverständlich auch gleich nochmal EVE BTC an. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt von Bitcoin oder in Bitcoin und Ethereum jetzt erstmal einen kleinen Bounce heute sehen werden. Ganz ganz wichtig. Ethereum, BTC, auch hier hatten wir gestern drüber gesprochen, Freunde. Sehr, sehr attraktives Setup, was wir definitiv für uns nutzen können. Wir sind nämlich in einer ersten bullischen Struktur, haben auch an einer bärischen Marke erstmal, sag ich mal, reagiert. Aber, was mich letzten Endes bullisch stimmt hier für den EVE BTC-Kurs, ist die Zurückeroberung unserer vorherigen Aufwärtstrendlinie, die kurzzeitig gebrochen worden ist, zurückerobert worden ist. Und jetzt sehen wir auch hier den Retest und ebenfalls unser Gesamtkorrekturlevel hier in EVE BTC. Von daher auch hier ein sehr, sehr attraktives Setup, seine Bitcoin-Menge zu akkumulieren, seine Bitcoins in Ethereum umzutauschen, in der Erwartungshaltung, dass Ethereum, sag ich mal, Bitcoin outperformt. Also, Freunde, der Fahrplan für heute sollte definitiv klar sein. Ich erwarte jetzt erstmal einen Bounce-Back nach diesem massiven Sell-Off von den aktuellen Leveln. Klar, darf der Markt auch nochmal kurzzeitig in unser attraktivstes Preislevel der 66-7er bei 42.000 reindippen und dann diesen Up-Move sehen. Aber, diese Level sollten hier definitiv nicht gebrochen werden, denn ansonsten flippe ich auch in den Bearish-Mode. Also, Leute, es ist ein Do-or-Die-Moment hier für Bitcoin. Lasst euch aber jetzt nicht verrückt machen. Es ist noch alles gut, der Markt darf es machen, aber diese Level sollten jetzt wirklich halten. Und von daher, wenn dir das heutige Video gefallen hat, smash the Like-Button. Abonniere diesen Kanal kostenlos und ganz, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du keiner dieser wichtigen Updates hier mehr verpasst. Ich halte euch stets auf dem Laufenden, Freunde. Ich bin eng an den Charts. Sollten wir irgendetwas sehen, werde ich euch definitiv darüber informieren. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit einem Like. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.